Du suchst nach einem richtig coolen Erklärvideo für das Fach Deutsch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids machen dich zum Deutschass. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Abonnier uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu den vier Fällen. Hier klären wir, welche Fälle es in der deutschen Sprache gibt, wann man welchen Fall verwendet und wie du ganz einfach herausfinden kannst, mit welchem Fall du es gerade zu tun hast. Für den Fall, dass du auf der Suche nach verwandten Themen bist, haben wir dir unten die passenden Videos verlinkt. Zugehörige Übungsaufgaben zum Ausdrucken und Mitknobeln findest du übrigens in unserem Blogartikel zu den vier Fällen. Den passenden Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Außerdem haben wir zum Schluss eine Rätselaufgabe für dich vorbereitet. Wenn du dir das ganze Video anschaust, solltest du sie aber ganz leicht lösen können. Und mit etwas Glück erhältst du dabei sogar eine Belohnung. In der deutschen Sprache gibt es vier Fälle, vier Kasus. Den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Die verschiedenen Fälle werden genutzt, um zu zeigen, wie die Beziehung verschiedener Wortgruppen im Satz zueinander ist. Sie bestimmen, wie die verschiedenen Satzglieder dekliniert werden, wie sie also so angepasst werden, dass ein sinnvoller Satz entsteht. Um zu verstehen, was das bedeutet, habe ich dir diesen Beispielsatz mitgebracht. Das Mädchen gibt die Katze, der Junge, ein Spielzeug. Ähm, das ergibt ja wohl überhaupt keinen Sinn. Und weißt du, woran das liegt? Die Satzglieder hier sind nämlich nicht dekliniert. Um einen verständlichen Satz zu bilden, müssen alle Wörter so verändert werden, dass ihre Beziehung zu anderen Elementen des Satzes klar wird. Vielleicht bist du aus diesem Unsinn hier ja schon schlau geworden. Eigentlich müsste es nämlich heißen, das Mädchen gibt der Katze, des Jungen, ein Spielzeug. Siehst du, wie hier die Wörter so verändert werden, dass ihre Beziehung zueinander klar wird? Dadurch, dass wir Nomen und ihre Begleiter deklinieren, versteht man, was das hier eigentlich bedeuten soll. Jetzt ist es nämlich ganz eindeutig, dass die Katze dem Jungen gehört und dass das Mädchen, der Katze, ein Spielzeug gibt. Und welches Satzglied hier wie dekliniert wird, ist eben abhängig von den vier Fällen. Die Fälle lassen sich ganz einfach herausfinden, indem man bestimmte Fragen verwendet. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Starten wir einfach mal mit dem ersten Fall, dem Nominativ. Man nennt ihn auch Wer-Fall, denn wenn ein Satzglied im Nominativ steht, dann antwortet es auf die Frage Wer oder Was. Der Nominativ kommt zum Einsatz, wenn es um eine Person oder Sache geht, die etwas macht. Lass uns mal schauen, ob wir herausfinden, welche Wortgruppe in unserem Satz im Nominativ steht. Fällt dir eine Frage mit Wer oder Was ein, die wir stellen können? Ja! Wer oder Was gibt der Katze ein Spielzeug? Und die Antwort auf die Frage lautet Das Mädchen steht also im Nominativ. Weiter geht's mit Fall Nummer 2, dem Genitiv. Man nennt ihn auch Wessen-Fall. Er gibt nämlich immer die Beziehung zwischen zwei Nomen an. Meistens geht es dabei darum, wem was gehört. Wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, antworten Satzglieder im Genitiv auf die Frage Wessen. Findest du heraus, welches Satzglied hier am Genitiv steht? Welche Frage mit Wessen fällt dir denn ein? Genau! Wessen Katze gibt das Mädchen ein Spielzeug? Und die Antwort ist der Katze des Jungen. Des Jungen steht also im Genitiv. Super! Bist du bereit für den dritten Fall? Das ist der Dativ. Der Wem-Fall. Wir müssen also Wem fragen, um den Dativ zu erkennen. Der Dativ beschreibt häufig, wem etwas passiert, wem etwas gegeben wird oder auch, wem etwas gehört. Dabei handelt es sich meistens um Personen, aber manchmal auch um andere Dinge. Wo in unserem Satz ist der Dativ versteckt? Fällt dir eine Frage mit Wem ein? Na klar! Wem gibt das Mädchen ein Spielzeug? Der Katze. Der Katze steht also eindeutig im Dativ. Perfekt gemacht! Jetzt ist noch ein Fall übrig, nämlich Fall Nummer 4. Der Akkusativ. Man nennt ihn auch Wehen-Fall. Wortgruppen im Akkusativ sind nämlich Antwort auf die Frage, wen oder was. Der Akkusativ beschreibt häufig die Person oder das Objekt, mit dem etwas gemacht wird. Oder auf wen sich eine Handlung bezieht. Na, wo ist der Akkusativ in unserem Beispiel? Weißt du schon, was wir fragen müssen? Klar, wen oder was? Wen oder was gibt das Mädchen der Katze? Ein Spielzeug. Ein Spielzeug steht im Akkusativ. Mega gut gemacht! Wenn du dir diese vier Fragen gut merkst, ist es wirklich total einfach, den richtigen Fall herauszufinden. Komm, das üben wir gleich nochmal mit ein paar Beispielen. Die Kerne des Apfels schmecken bitter. Bekommst du raus, in welchem Fall der Apfel steht? Was müssen wir denn fragen, damit des Apfels die Antwort ist? Genau. Die richtige Frage lautet hier, wessen Kerne schmecken bitter? Die Kerne des Apfels. Des Apfels steht hier also im Genitiv. Nächstes Beispiel. Das Mädchen rennt sehr schnell. Hier wollen wir herausfinden, in welchem Fall das Mädchen steht. Weißt du schon, was die richtige Frage ist, damit die Antwort das Mädchen ist? Ja, wer oder was rennt schnell? Das Mädchen. Hier haben wir also den Nominativ. Beispiel Nummer 3. Sie schenkt dem Jungen ein Buch. In welchem Fall steht der Junge? Wir überlegen erst einmal wieder, was wir fragen müssen, um dem Jungen als Antwort zu erhalten. Wem schenkt sie ein Buch? Dem Jungen. Damit steht dem Jungen eindeutig im Dativ. So, ein letztes Beispiel noch. Er hat einen süßen Hund. Jetzt wollen wir wissen, in welchem Fall der Hund steht. Die passende Frage lautet, wen oder was hat er? Einen süßen Hund. Es handelt sich hier also um den Akkusativ. Super! Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Wenn du weißt, welche Frage zu welchem Fall gehört, ist das echt nicht so schwer. Jetzt bist du auf jeden Fall bereit für unsere Rätselaufgabe. Wenn du es schaffst, sie zu lösen, erhältst du mit etwas Glück für deinen Lernerfolg sogar eine Belohnung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Start klar? Hier ist die Rätselaufgabe zu den vier Fällen. Finde heraus, in welchem Fall die markierten Wortgruppen stehen, indem du die passenden Fragewörter, also wer oder was, wessen, wem und wen oder was, stellst. Das Obst ist reif. Die Blätter der Pflanze welken. Sie macht den Eltern eine Freude. Er trägt den Hut verkehrt herum. Viel Spaß beim Knobeln. Wir sind schon ganz gespannt auf deine Lösung. Cool, dass du dabei warst. Jetzt bist du ein richtiger Deutsch-Profi. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreibst uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Community. Klicke jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns über ein Like von dir. Und vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für weitere Deutsch-Themen interessierst, dann schau doch mal hier. Bis bald!